... und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter Ihnen, trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei, sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Nur dann, wenn wir in der Partei nun unter allen Zudun die höchste Verkappelung des nationalsozialistischen Gedankens und Wesens verwirklichen, wird sie eine ewige und unzerstörbare Säule des deutschen Volkes und Reiches sein. Dann wird einst neben die herrliche, ruhmreiche Armee den alten Stolzen, nach wenigen Herren die Menschen kommen und gehen und stets aufs Neue ergriffen, ... und geistig sein, denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbolik des Ehrigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung, es lebe Deutschland! ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.